Bei Haneli war es damals so, dass das Hörscreening im Krankenhaus nach der Geburt auffällig gewesen ist. Erst haben wir uns da nicht so viel bei gedacht. Erst im Nachhinein wurde klar, dass das doch ein bisschen weitgehendere Konsequenzen hat. Ich würde mir heute wünschen, dass Mehreltern darauf ein wenig besser achten und wissen, warum ist dieses Hörscreening überhaupt so wichtig. In Deutschland werden pro 1000 Neugeborene etwa zwei bis drei Kinder mit einer angeborenen Hörstörung geboren. Aus diesem Grund ist es essentiell, dass bei Kindern frühzeitig erkannt wird, ob das Hörvermögen funktioniert oder nicht. Frühzeitig heißt innerhalb der ersten sechs Lebensmonate, denn wir wissen heute, dass eine Verbesserung oder eine Unterstützung des Hörvermögens innerhalb der ersten sechs Monate notwendig ist, um eine adäquate Sprachentwicklung möglich zu machen. Wir wissen heute, dass für die Kommunikation das Hörvermögen eigentlich das allerwichtigste Sinnesorgan ist. Nur dadurch kann sich die Sprache entwickeln, nur dadurch kann sich dann auch das soziale und das emotionale Verhalten der Kinder entwickeln. Sie haben als Eltern alleine zu Hause keine Möglichkeiten, innerhalb der ersten sechs Lebensmonate durch eigene Tests herauszufinden, ob ihr Kind zuverlässig hört. Deswegen gibt es in Deutschland seit 2009 als gesetzliche Kassenleistung das Recht eines jeden Neugeborenen für ein Hörscreening, ein den ersten Lebenstagen in der Regel noch in der Geburtsklinik durchgeführt, manchmal auch beim niedergelassenen Kinderarzt oder Kinderärztin und wird mit einer Technik, die OAE heißt, durchgeführt. Otoakustische Emissionen. Das funktioniert so, dass ein kleiner, weicher Kopfhörer in den Gehörgang meistens im Schlaf der Säuglinge oder Neugeborenen eingeführt wird. Dann werden leise klickende Geräusche abgegeben und es wird gleichzeitig registriert, welche Geräusche dann von den Sinneszellen des Hörorgans zurückgesendet werden. Und dieser Test ist hervorragend geeignet, gibt große Sicherheit, wenn er bestanden wird. Das heißt also, wenn das Ergebnis unauffällig ist, dann können Sie sehr sicher sein, dass das Hörvermögen Ihres Kindes funktioniert. Manchmal gibt es auffällige Ergebnisse. Das heißt aber nicht sofort, dass das Hörvermögen nicht funktioniert, sondern dann muss der Test erstmal wiederholt werden. Und dann gibt es natürlich noch zusätzliche Testmöglichkeiten, die durchgeführt werden können, um eine solche mögliche Hörstörung zu identifizieren. Wichtig ist das, um Kinder frühzeitig zu diagnostizieren, denn wir wissen, dass auch Kinder von wenigen Wochen Alter mit Hörgeräten versorgt eine ganz normale Sprachentwicklung aufweisen können. Ein Cochlea-Implantat bei schwerwiegenderen Hörstörungen ist ab dem ersten Lebensjahr möglich. Aber wie gesagt, Hörgeräte zur Hörunterstützung bereits bei Kindern mit wenigen Wochen Lebensalter. Insofern ist es absolut unerlässlich, dass dieses Hörscreening bei allen Kindern in Deutschland durchgeführt wird. Bei uns war es so, dass wir nach dem auffälligen Hörscreening erstmal mehrere Stellen angelaufen sind. Das waren natürlich erstmal der Kinderarzt, der HNO und diverse Kliniken. Bei Haneli war es dann tatsächlich so, dass sie mit zwei Jahren eine mittelgradige Hörstörung festgestellt haben, die dann auch mit Hörgeräten versorgt wurde, jedoch immer noch nicht in die Sprache fand. Für uns als Eltern war das immer noch nicht befriedigend. Deshalb sind wir weitergegangen und es wurde dann im letzten Jahr festgestellt, dass sie tatsächlich fast gehörlos ist und wir jetzt kurz vor der Cochlea-Implantation stehen. Ich würde allen Eltern raten, wenn ihr das Gefühl habt, mit eurem Kind stimmt was nicht und da ist was nicht in Ordnung mit dem Hören. Seid hartnäckig und geht immer weiter zu den Ärzten und lasst euch nicht so einfach abwimmeln. Wenn ihr die neuesten Videos sehen möchtet, dann abonniert doch gerne hier kostenlos den Kanal. Und wenn ihr noch mehr Videos zum Thema Baby, Kleinkind oder Erziehung sehen möchtet, dann klickt euch gerne durch die Playlist.